Darf ich sie wechseln? Ich meine... Nein. Mich macht sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Diese Tapete praktisch einen lieben Dank gesehen. Wirst du, dass ich krank bin, ja? Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Kann sein. Kann auch sein, dass wir uns kennen, oder? Woher? Ach, jetzt bin ich enttäuscht. Sind Sie bitte so freundlich und sagen mir, was Sie wollen? Max Jaschek. Frankfurt 99? Juli 99. broke am Ganzen. W saber wie auch in der Reise waren. Ich wünschebreche